Musik Jo Leute, was geht ab Herzen? Willkommen zur nächsten Folge vom ClipDuel, also Nummer 2 und heute haben wir zwei krasse Clips dabei, seht ihr wahrscheinlich schon am Titel und gleich geht's auch schon los, ich muss hier ganz schnell reden und er macht einen Quad-Planter mit der Ballista mit so einem komischen Ding wie hier, auf jeden Fall richtig krass, auch noch auf einer neuen App, dieser Strataschuss hier und jetzt kommt auch gleich der nächste und das ist nämlich auch ein Kopf und holt direkt hier und jetzt liegt es wieder an euch, welchen ihr von den beiden cooler findet, also liked für den ersten, Dislike für den zweiten, ich bin raus, haut da rein und ciao